Der Lerso hat das Video geloadet Freundin vs. Lerso Und wir werden euch jetzt mal sein Video sehen Freundin vs. Lerso Es eskaliert! Was ist denn da los? Ich bin gespannt, let's go Diga! Sollst du eins für die Schnurne? Haha, ja klar! Wahrscheinlich hat das wieder Freundin ein Klapferkind gegeben! I have to! I do! Haha, juhu! Warte, warte! Hahaha Oha Was ist denn das für ein Video? Chat? Was ist denn hier los? Oh shit! Ich glaube, da ist noch ein bisschen Land mitgekommen Elingi und Ciao zusammen Das ist kurz ein kleiner Einspann vor dem Video Weil ich ja gesagt habe, ich grüße 3 Leute Und die Zeit ist ein Wort Und anfangen wir mit dem SpakkiTV Hashtag QUnity Lerso du Blacker grüße mich mal Hast mich das letzte Mal vergessen Aber bist du trotzdem ehren Mann Sorry Bro, dass ich dich vergesse Aber hiermit wärst du erstens auch gegrüsst Nein, der nächste ist der Bike World Du, Kaip, hast mich nicht gegrüsst Jetzt... Entschuldigst mir ein Gegruss Dass ich dich mal habe Mir ist eigentlich egal, wer der gegrüsst ist Diga Ich wollte einfach das Video sehen Diga Ganz ehrlich, wie es gibt einfach Scheiss drauf, scheiss drauf Diga Let's go mit dem Video Bin ich gut? Sehr gut Also 3, 2, 1 Ciao, du geile Böcke Erstmal wieder Dür, frei, dir, Lerso Ja Mann, ich bin hier im wunderschönen Wunderschönen Du, ihr seht das Pechli Auf jeden Fall, wir machen heute eine geile Challenge Aber wer ist mir? Hallo, ich bin Martina Das ist Martina, das ist meine G... Hallo Martina, moin Meine Gästin heute und auch meine Freundin Also Finger weg Buben Das ist meine Und wir machen heute... Ein paar Challenges, wo wir einfach sagen Was machen wir für Challenges? Keine Ahnung Essen Was? Trinken Trinken Ursen Auf jeden Fall, wir machen ein paar erregelte Challenges Und die ersten werdet ihr eigentlich jetzt gleich sehen Also meine Freunde, die erste Challenge, die ihr gehört habt Wettessen Wir haben hier ein wunderschönes 2 Rübeli Oder wir gehen Wettessen Die erste Challenge Gegen die Freundin Ja Moin Man kennt's Zäge Ah ja, es geht Es gibt am Schluss eine Bestrafung Es habe ich noch vergessen zu sagen Bestrafung ist in die Tunnel Schegelbaden In diesem wunderschönen Wetter Es ist noch arschkaltes Zeug Noch kaum auf FN Aber ich glaube wir... Wir reden jetzt nicht Wir essen Drei, zwei, elf Drei, zwei, elf Aber man muss sagen Auf gesund angelehnt Mit Rübeln Und kleinen Gurken Hoffentlich Hoffentlich Inschallah Hinten vor Eure Hände desinfiziert Schüsst Anzeige ist draus Digga Bremschmock Hinten vor Hinten vor Hinten vor So, er hat gesagt, der Gewinner ist eindeutig Lärstu. Er hat gesagt, ein Snowball für den Kühen, die King Lärstu. Hey, Uniti! Aber da so, aber nein, ich wusste, dass er gewinnt, ganz ehrlich. So, jetzt geht's mit der zweiten Challenge weiter. So, Freunde, die erste habe ich erfolgreich bestanden. Sagen wir mal, beide haben die gleiche Uhr. Also hier, sie hat genau die gleiche Uhr wie er. Einfach eine andere Farbe, kann das sein? Auf jeden Fall kommt jetzt die zweite Challenge. Ja, Chat, genau, Lärstu hat Erfahrung. Die zweite ist Schmerz hoch. Wie weiss man, sind wir jedenfalls reich. Auf jeden Fall einen halben Liter, nicht gesponsert, das Wasser, aber wunderschön von der Schweiz. Ich glaube, von Lausanne, aber weiss doch mehr. Auf jeden Fall... Evian ist doch gar nicht in der Schweiz, oder? Haha! Evian ist doch gerade auf der französischen Grenze, oder? Evian ist Frankreich, also Alerso. Wie lost kann man eigentlich sein? Ganz ehrlich. Hallo, ich wünsche... Einen guten... Einen guten... Also... Einen guten... Einen guten... Einen guten... Auf jeden Fall... Ja mal, Wynn, merci vielmals. Das wäre die zweite Challenge, wäre wieder auf den Weg gegangen. Einen guten... Einen guten... Einen guten... Einen guten... Einen guten... Einen guten... Der Lärsor hat sich auch nur gelegt. Ex... Oder nie mehr. Challenge. So liebe Freunde, wir sind uns bei der dritten Challenge. Und bei der dritten Challenge machen wir Wettgolpsen, damit wir immer eine Schweinehutel durchdrehen. Und... Was? Wettgolpsen? Oh nein, nein, nein... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein... Da bin ich wirklich komplett raus. Der hätte noch gerne einen Stöck im Zentrum. Das ist auch wunderschön. Schönen Abend. Merci. Wir machen das tun unsicher, dass wir es nicht davon machen. Und bevor wir diese Aktion gerade gefallen, schau nach vorne. Lass einen Like an, das nennt man. Ist gut, bro. Und... Ja, ich würde sagen, let's go. Wir haben je drei Versuche. Wer wäre am neuesten? Also, ich glaube, ich kann sie hier. Also, Freunde. Kornikon. War das ein Läuter? Oder schon? Oh shit. Ich glaube, da ist noch etwas Lanz mitgekommen. Ja, Bratan. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Was? Also es gibt ja... Es gibt ja wirklich die eine oder andere Challenge. Es gibt ja wirklich die eine oder andere Challenge, die man machen kann. Aber das? Was ist das für eine Challenge? Nein. Hey, Lerso. Also nein. Da muss ich los. Eigentlich hatten wir darum fünf Challenges und ich hätte schon drei gewonnen. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt einen auf Ehrenbar. Aber ich würde sagen, ich würde gar nicht sagen, dass er jetzt da gewonnen hat. Also, sie hat da einen längeren Korps rausgehauen. Sie hat es immerhin gemacht. Also, ich würde sagen, sie hat hier gewonnen. Sag ich jetzt einfach mal. Lerso. Stimmt nicht, was ihr da von einem Voting-System habt. Stimmt nicht. Was soll ich sagen? Wenn du die nächsten zwei gewinnst. Dann musst du gehen baden. Dann gehe ich nicht baden. Du kannst wieder abstellen, Mademoiselle. Du kannst wieder abstellen. Entschuldigung. Ja, wir haben auch die Urkenplatte. Du musst scheissen, Leute. Ist gut. Real Talk, Ali. Wer hätte nicht einmal so einen Rucksack gehabt? Man sieht es jetzt nicht gut ein. Warte vielleicht hier. Ja. So. Ah, Dakin-Rucksack. Einen so einen Rucksack in der Primarsch oder so. Genau so einen Rucksack haben wir gefühlt alle mal gehabt. Die Drohung hört ja nicht gut, gell. Ja, die haben den Boden gefunden. Halb, die Schnorren ist meine. Ja, das weiß man halt. Die haben wirklich geplatzt. Ich muss scheissen, Leute, die Säcke. Ist gut. What the fuck? Also, lass. Es können wir auf jeden Fall schon sagen, Lerso hat seine Freundin auf gar keinen Fall mit seinen Tanz-Skills überzeugen. Das ist ein neuer Kickoff. Oh, Dino. Oh, der ist schon mal recht lang. Oh shit, der war sehr lang. Ich bin einfach so scheisse. Lang-Gorbse. Auf jeden Fall, das ist die vierte Challenge. Habe ich noch nicht angekündigt. Eben Lang-Gorbse. Aha! Jetzt kommt erst Lang-Gorbsele-Challenge. What the fuck? Ah, es gibt Laut-Gorbsele und Lang-Gorbsele. Also, jetzt muss ich wirklich los. Sie ficken mit aber. Der richtig. Das war scheisse. Ich glaube, ich gehe heute ein bisschen Thunerwasser trinken. Das war scheisse. Martina. Ich kann nur mal laut ficken. Ja! Ah! So scheisse für die Schnurne. Hashtag Männerwelten. Kapi. Hehehehe. Mach es mal Meister. Also meine lieben Freunde. Hey, nur von dir, die es jetzt nicht gecheckt haben. Er hat sie nicht wirklich geschlagen. Er hat da. Der hat den Trick da gemacht. Diesen so. Dass man es nicht sieht auf der Kamera. Also... Alles easy, Jungs. Und Mädels. Ich sehe jetzt, wie wir da nicht wunderschöne M-Men langlaufen. Hämme. Hehehe. Und jetzt mal die Schnurren, der Hure Fö. Da ist auch einer der Anker ausgeworfen. Über den 1.50, wo es jemand geäuft ist. Mit Martina, wenn ich nicht zusammen ist, hast du doch gute Gehörner. Ja, gute Gehörner. Ja. Ich lasse dich bis zu meinem Mund auf. Ah ja. Lass dich weinen. Was ist das für ein Video? Darum sind wir ja zusammen. Hast du so ein riesen Haarkummel? Schau, schau. Ich habe Lust auf vieles, aber nicht auf das. Was? Das Problem ist, dass wir, wenn die Bordflip angeht, nicht mehr so gut wie im 2016 oder 2017. Hehehe. Aber wie kann ich jetzt aussehen? Hehehe. Er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Hehehe. Wirklich absolut no front, aber... Oha. Steh hier los. Das ist natürlich ein riesen Problem. Und das riesen Problem lösen wir jetzt, dass wir einfach 10 Versuche haben. Und dann hier ein Boden mit dem Aldi. Und der, der mehr von diesen 10 Versuchen kann eine Bordelfrippe, hat dann gewonnen. Und entschieden ist dann, wer auch ins E-Gay-Kopett haben. Eine. 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 Ich habe nochmals confirmiert, man kennt ihn. Einen. Aber das Fläschchen ist auch nichts. Das Fläschchen ist gar nichts für das. Zähne! Also, wieder unentschieden. Jetzt machen wir das Finale. Zwar darf ich gerne machen, sie ist eine, ich gerne bis sie einsteigt. Nein, aber das ist unten. Kannst du es nicht? Sie kann es nicht, Gieler. Jawohl! Ich wollte nur, dass Lersu betteln muss. Ein Bettchen geht pinkeln. Nein! 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 Kannst du betteln? Also Freunde, es ist wirklich so wahr geworden, dass Lersu natürlich Ehremann ist gegenüber Frauen. Ist gut froh, lass das Like da. Ähm, muss ich betteln? Ich glaube, ich gehe ein paar Tuben jagen. Mit dem Uhrengewässer drin. Und ja, dann sagt er jetzt eigentlich der Ausschnitt. Den, den ich gehe betteln. Bis dann. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wenn der Lersu mal wieder geht, ich gehe duschen. Es war etwa nötig. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich wirklich ready darauf, dass er absolut drin jumpet, Lersu. Hey, Arsch! Hier nachher! Oh shit! Oh shit! Oha! Oha. Okay! Was? Was? Komm! Kopf wachen! Oh, das ist alles kalt! Nicht, achten wir den Kopf! Nein, wirklich nicht! Der muss den Kopf! Der Kopf muss! Aber was seid ihr von der Person? Wenn ihr ins kalte Wasser gegangen seid, seid ihr auch die Person, die schreit, wenn es kalt ist, so oder macht einfach so Welche Person seid ihr? Eins oder zwei? Ich bin so gut, die erholt! Die uren Nachbar-Deckel! Was für ein gestörter Fisch da drin! Was für ein gestörter Fisch vor allem! Lull! Also Freunde, das wär's gewesen! Ihr habt gesehen, der Leder ist bestraft worden! Merci vielmals fürs Zuschauen! Lass auf jeden Fall einen Like da! Respektiv, es ist gut, aber auch sie macht's richtig! Schaut bei Martina dabei, es ist unten verlinkt ihr habt einen Instagram-Namen, oder ist gerade hier eingeblendet! Absolut nicht eingeblendet! Perfekt, Digga! Kann schon verlinkt werden? Yes! Der Bruno, der hier verlinkt werden, wäre auch hier eingeblendet! Und vergessen wir natürlich... Der Bruno! Der Kameramann! Er ist auch nicht verlinkt perfekt! Lass und super geschnitten! Natürlich nicht auf Facebook zu... Äh Facebook! Vergessen wir nicht auf Instagram zu abonnieren und natürlich auch auf YouTube! Hier wäre Instagram einblendet! Ja! Für sich hat das eingeblendet! So ein 31er! Aber hey! Ähm... Könnt ihr mir auch noch gerne folgen auf AdMailRomani? Lohnt sich! ...blendet! Und danach wäre YouTube einfach draufhauen, draufbrechen, dass wir unsere Herstrecke hier unten wachsen! Das wäre es sein von diesem wunderschönen Ausflug hier am Thunersee, oder respektive Meer, zu Bord, darf ich sagen... Emme! Auf jeden Fall, merci mal fürs Zuschauen! Nächste Mal! Schaut unbedingt! Bitte! Nächstes Mal! Für bei! Merci mal! Waaah! Merci natürlich auch für die zwei Fräulein hier, dass sie mitgeholfen und mitgestochen haben! Und ja, das wäre es gewesen! Ich wünsche eine Hilfe miteinander! Und alle! Hast du lieb, dass du dich angespäut hast? Schon, schon wieder! Lässt du schon wieder da? Wer sitzt wieder da? Er zieht sich an! Er zieht sich an oder eben ab! Nices Video Lerso! Kuss, kuss, kuss! Ey! Mach! Unbedingt! Mehr Videos Lerso! Ich brauche mehr Videos von dir! Like ist auf jeden Fall da! Eben! Tönerkings rüber! Bestes Napcha-Karte! One is the loneliest number that you'll ever do!